Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute geht es wieder um zwei Pokémon, die nie gut waren und wir besprechen, warum diese Pokémon nie gut waren. Heute geht es um die Pokémon Flunschlik, ein Pokémon aus der fünften Generation, hat den Boden Elektro-Typen und das zweite Pokémon ist Banett, ein Geist-Pokémon aus der dritten Generation. Beide Pokémon waren nie gut und wir sehen uns mal an, warum die Pokémon eigentlich nie gut waren. So, heute geht es zuerst um das Pokémon Flunschlik. Wenn wir uns die Stats von Flunschlik ansehen, bemerken wir, dass das Pokémon eher defensiv gespielt werden soll. Es hat keinen guten Angriff, keinen guten Speed. Der beste Wert ist der HP mit Base 109, somit hat es mit vollenden Vs 422 KP. Das ist eigentlich schon sehr viel. Der zweitbeste Wert ist die Spezialverteidigung mit positiven Vs und vollenden Vs. Kommt es über 320 Spitz-Dev. Ist eigentlich so akzeptabel. Bei der physischen Verteidigung kommt es mit einem positiven Vs und vollenden Vs über 280. Wie wir hier auch sehen, ist eigentlich sehr gut für das Pokémon. Also kann man es physisch defensiv, speziell defensiv spielen. Es macht auch noch akzeptablen Schaden, würde ich mal sagen, mit Base 81. Somit reicht es, wenn man es wirklich voll offensiv spielen wird, circa 290. Spezialangriff und das ist auch nochmal gut. Der Angriff und der Speed sind, wie gesagt, jetzt nicht so gut. Der Angriff mit Base 66 ist nicht wirklich gut und der Speed mit Base 32 ist grottenschlecht, aber theoretisch kann man es so in Trick Room spielen. Also im bizarreren Raum wäre zumindest eine Möglichkeit. Wenn wir uns die Fähigkeiten von den Pokémon ansehen, haben wir Statik. Wenn es von einer physischen Attacke oder zum Beispiel auch von Strauchler getroffen wird, wird das Pokémon zu 30% paralysiert, was sehr gut ist. Limba bringt dem Pokémon gar nichts und Sandwilch sorgt dafür im Sandsturmmacht. Man treffen dann gewisse Attacken das Pokémon nicht mehr so oft. Eigentlich jede Attacke, bis auf Air Relays. Da merkt man, die beste Fähigkeit ist Statik, aber die könnte man auf jeden Fall ausbauen. Sehen wir zuerst die Statusmussern. Hier hätten wir Fluch, Lighttailer, Reflect-Type ist auch eine Möglichkeit. Dazu kann es noch Tarnsterne, Delegator, Donnerwelle, Toxin, Gena. Also es kann Pokémon paralysieren, einschläfen, vergiften. Kann sich theoretisch mit Fluch boosten. Hat eine Recovery, Pain Split. Aber wahrscheinlich würde man eher Schutzschild plus Überreste immer verwenden. Kommen wir zu den physischen Attacken. Wir werden das Pokémon eigentlich eh nicht physisch spielen. Deshalb werden wir Fluchist auch nicht wirklich benutzen. Aber theoretisch hätten wir hier als zwei gute Attacken, nennen wir es mal so. V-Play sorgt dafür, dass wir mit dem Angriff vom Gegner attackieren. Also ist das auf jeden Fall akzeptabel. Und vielleicht noch Sucker Punch, wobei die Attack jetzt nicht wirklich viel Schaden macht. Sie soll, es ist halt nur eine Prio, wäre möglicherweise eine Option. Kommen wir zu den speziellen Attacken. Da hat es Discharge, Erdbeben, Donnerblitz, Matschbombe, Surfer, Siedewasser. Also es hat für ein Elektro-Boden-Pokémon, Surfer, Siedewasser, Eisattacken, was dem Pokémon hilft. Macht eigentlich auch Sinn, wo man das Pokémon in der fünften Generation fangen kann. Leider hat es jetzt nicht Voltwechsel. Ich finde, jeder Elektro-Pokémon braucht Voltwechsel, aber okay. Wir merken zumindest, dass das Pokémon einen guten speziellen Movepool hat. Es kann Schaden machen mit Donnerblitz, mit Discharge. Es kann Pokémon verbrennen mit Siedewasser, was dem Pokémon sehr hilft. Also wir konnten jetzt uns schon ein Bild machen, was alle flunschig kann. Also es kann Tarnsteine legen, Pokémon verbrennen mit Siedewasser, Paralysieren mit Donnerwelle. Einschläfen mit Gena, dann kann es auch noch Toxin. Es hat Step-Earth-Power. Es hat Siedewasser-Surfer. Also es hat den Wasserelektro-Boden und eine Giftattacke. Kann man theoretisch mit der Offensiv-Fest spielen. Full-HP, Full-Special-Tech wäre eine Möglichkeit. Aber wenn man sich das Pokémon so betrachtet, ja, da finde ich, fallen uns schon ein paar Schwächen mal auf. Generell die Stats, die sind okay. Bodenelektro ist ein besonderer Typ. Mir fällt auf der Schnelle kein anderes Bodenelektro-Pokémon ein. Gibt es ein anderes Bodenelektro-Pokémon? Wie komme ich auf W? Okay, gerade, was ist da so schwer? Electric und Ground. Ground. Okay, noch Xenyshocks, aber das hat eine komplett andere Nische da. Brauchen wir es nicht diskutieren. Ja, das Pokémon hat keine Stachler. Das Pokémon gibt es in Scarlet, Violet, also in der neunten Generation nicht. Wenn es das Pokémon geben würde, denke ich schon, dass das Stachler hat. Denn Gastrodon, Morabel können Stachler. Und warum sollte Flunschleck diese Attacke nicht können? Voltwechsel kann das Pokémon auch nicht. Ich würde ihm auf jeden Fall Stachler und Voltwechsel geben. Giftspitzen machen für mich bei den Pokémon auch noch Sinn. Also ich würde alle drei Hazards dem Pokémon geben. Voltwechsel muss es auf jeden Fall haben. Und die Fähigkeit würde ich bei den Pokémon auch noch verändern. Das Pokémon hat ja eigentlich vier Spächen, Pflanze, Boden, Eis und Wasser. Aber ich finde Eis, also dass es von Wasserattacken getroffen wird, finde ich jetzt nicht schön. Es lebt unter Wasser. Warum geben wir ihn dann nicht H2O-Absorber? Dass es immun gegen Wasserattacken ist. Und wenn es von einer Wasserattacke getroffen wird, bekommt es 25% der KP dazu. Oder wir gehen mit dem Storm Train. Das sorgt dafür, wenn er von einem Wasserattacke getroffen wird, bekommt es keinen Schaden. Und der Spezialangriff steigt um eine Stufe, also wenn erstmal um 50%. So macht das Pokémon mehr Schaden. Aber ich finde H2O-Absorber macht mehr Sinn bei diesem Pokémon. Das Pokémon hat ja auch eine Galarform, die den Stahlbodentyp hat. Also das Pokémon hätte eine andere Form und meistens hilft eine andere Form dem Pokémon. Das Design finde ich jetzt nicht so gut. Aber was hat sich da verändert? Der Spezialangriff und der Angriff haben sich vertauscht und die Defensiven. Bodenstahl, theoretisch, äh, ja. Ein guter Typ, aber es ist nicht schnell. Also physisch, also offensiv wäre das ein guter Typ. Aber so generell leider nicht. Also die Galarform von Flunschlick hat dem Pokémon gar nicht geholfen. Ich finde die Form besser im Competitive. Ist auch die Form besser. Das Pokémon wird keine andere Form mehr bekommen. Keine anderen Buffs mehr. Aber wenn ich, wie gesagt, das Pokémon buffen würde, würde ich ihm die Fähigkeit H2O-Absorber geben. Oder Storm Train. Aber ich finde H2O-Absorber besser. Besser dann noch Volt wechseln und Stachler. Und auch noch Genesung oder Tage geben. So würde ich das Pokémon buffen. Genesung, Tage geben finde ich eigentlich bei den Pokémon logisch. Oder finde ich, macht schon Sinn, wenn man so ein Pokémon Genesung gibt. Andere Pokémon wie Makago können Genesung. Warum? Warum sollte Flunschlick die Attack nicht haben? So würde ich das Pokémon buffen. Aber generell, es müsste Rehaul werden. Das heißt, die Stats müssten anders erteilt werden. Die Galarform hätte komplett andere Stats gehabt. Weniger Angriff oder weniger Spezialangriff. Weniger Speed. Dass es für die anderen Werte bessere Buffs hat. Aber leider hat die Galarform von Flunschlick den Pokémon jetzt nicht geholfen. Aber so, das wären die Attacken die Fähigkeit, die ich bei den Pokémon verändern würde. Kommen wir zum nächsten Pokémon. Barnett, ein Pokémon aus der dritten Generation. Ist schon oft gespeakert worden. Hat zwei Schwächen. Dark und Ghost. Dafür zwei Resistenzen und zwei Immunitäten. Eigentlich akzeptabel. Barnett hat einen sehr guten Angriff mit Base 115. So erreicht es mit einen positiven Wesen und voll in der Faust 361 Attack. Also macht das Pokémon eigentlich schon guten Schaden. Was ich noch sagen will, es hat natürlich eine Mega-Entwicklung. Die ist viel besser. Da brauchen wir darüber nicht reden. Aber es geht um das normale Barnett. Und wenn ich das Pokémon Barnett buffen würde, bekommt natürlich Mega Barnett auch die Buffs. Aber Mega Barnett wäre dafür trotzdem nicht einmal OU. Vielleicht höchstens Juju. Aber gut. Die anderen Stats von Barnett sind jetzt nicht so gut. Und Spezialangriff mit Base 83 braucht es wirklich so einen hohen Spezialangriff. Wenn es einen guten Angriff hat, weiß ich nicht. Und die anderen Stats sind zwischen 63 und 65 Base. Also KP-Verteidigung, Spezialverteidigung und Speed sind nicht wirklich gut bei den Pokémon. Also das Pokémon ist nicht schnell, hält nichts aus. Das ist jetzt nicht so gut und kann es auch nicht so austeilen. Für Generation 3 Verhältnisse sind die Stats okay. Also ein Base-Basiswert insgesamt von 455 ist nicht gut. Man könnte das auf jeden Fall buffen, das Pokémon mit der Mega-Form. Aber generell kannst du ihm 60 Base-Punkte mehr geben. Aber davon bin ich jetzt nicht so der Fan. Ich will sehen, was ich aus dem Normal-Barnett rausholen könnte. Bei den Fähigkeiten hätten wir Insomnia. So kann es nicht eingeschliffert werden. Ist nice to have. Schnüffler. So scoutet es das gegnerische Item. Und Curse Body. Sagt dafür, wenn es von einer Attacke getroffen wird, kann das Pokémon zu 30% die Attacke nicht benutzen für die nächsten Runden. Ist wie aussetzt. Gut, sehen wir uns mal die Statustacke von den Pokémon an. Es hat Gedankengut, Destinyborn, Cotton Guard, Magico, Nasty Blot, Schwerzans, was den Pokémon auch helfen könnte, Donnerwelle, Ehrlicht, Toxin, Verhöhner, Schutzschild, Pain-Split, also Light-Teller. Das Pokémon kann sich generell, es kann jeden Stat buffen, McCall-Mind, Spezialangriff, Spezialverteidigung, Nasty Blot, Spezialangriff, Schwerzansangriff und Kattengarde, physische Verteidigung. Also das Pokémon kann sich auf jeden Fall buffen. Ist gut. Ist eine gute Voraussetzung für jedes Pokémon. Sehen wir uns die speziellen Attacke an, obwohl wir es wahrscheinlich nicht speziell spielen. Da haben wir als wirklich gute Attacke Hacks, würde ich mal sagen, Nightshade noch, aber sonst würde ich keine andere spezielle Attacke auf den Pokémon spielen und vielleicht noch Icewind. Aber es geht hier im Singles-Bereich und nicht im Doubles-Bereich. Gut, sehen wir uns jetzt die physischen Attacken an. Da ist es auf jeden Fall besser aufgestellt. Da hat es Poltergeist, Mülltreffer, V-Blay, Donner... Ah, ich meine die Body Slam. Wie komme ich auf Donnerwelle? Egal. Aber die wichtigen Attacke, wenn es so ein langsames Pokémon ist, es hat Shadow Sneak und Tiefschlag. Die beiden Pokémon helfen, dass das Pokémon zuerst angreift und es hat einen guten Angriff. Mega Banette hat eigentlich einen sehr guten Angriff, wenn man sich jetzt das normale Banette anzieht, das Mega Banette anzieht. Das Pokémon hat ein bisschen mehr Speed bekommen, also alle Stats bis auf KP sind geboostet worden und Angriff wurde um 50 Base-Punkte geboostet. Ja, das zeigt schon, dass das Pokémon, das Mega Banette, die Prios auf jeden Fall brauchen kann. Mega Banette war, ist ein OU-Pokémon, was mich überrascht, aber Mega Banette gibt es jetzt nur im National Decks und nicht wirklich in der neunten Generation. Deshalb werden wir jetzt nur Banette behandeln. Aber ja, sehen wir uns, wie gesagt, nochmal die physischen Attacken genauer an. Die besten Attacken sind Poltergeist, Shadow Sneak, Tiefschlag, Mülltreffer, Abschlag, vielleicht auch noch Trailblaze, aber das wären die Attacken, die ich auf dem Pokémon spielen würde. Also, wie gesagt, es hat Prios in Form von Tiefschlag, Shadow Sneak hat es noch. Man kann wirklich beide Prios spiegeln, schadet auf jeden Fall nicht. Poltergeist, somit hat es eigentlich einen guten physischen Angriff, den es wirklich gebraucht hat, den in der vierten bis achten Generation war die beste physische Geistattacke, oder bis zur siebten Generation zumindest, war es Shadow Claw Base Stärke 70. In der dritten Generation waren ja eigentlich noch alle Geistzacken physisch, da hat es noch Spukball, und da hat es eine ganz, ganz, ganz kleine Oio-Nische, aber das Pokémon war nie wirklich gut. In der vierten Generation war es im Neverused Tier, und da war das Pokémon, ja, jetzt auch nicht so gut. Aber ja, wie würde ich Barnett passen? Zumindest es hat ihr Licht. Also es braucht auf jeden Fall eine andere Fähigkeit, du kannst den Pokémon ja auch schon Strolch geben, warum nicht? Wenn Mega Barnett die Fähigkeit hat, können wir Barnett auch die Fähigkeit geben, zu Bieris hat die Fähigkeit, würde bei den Pokémon schon Sinn machen, somit müsste man das Pokémon jetzt nicht immer megern, würde vielleicht Mega Barnett auch ein bisschen helfen, aber ich würde eben, wie gesagt, Strolch geben, hilft dem Pokémon, Recover Strolch wäre auch nochmal cool, also Genesung würde ich dem Pokémon geben, es hat zum Glück Thunder Wave, also es hat Willowisp, Donnerwelle, das ist sehr gut bei den Pokémon, aber wie ich das Pokémon wirklich buffen würde, also Barnett braucht wirklich so viele Buffs, die wir dem Pokémon geben können. Vielleicht wäre mit der ID Mega Barnett ein bisschen broken, keine Ahnung, aber ich würde dem Pokémon Hypnose geben. Es gibt kein Prankster-Pokémon mit Hypnose. Prankster, also Strolch und Hypnose, oder? Gibt es irgendein Pokémon? Nein, weil es einfach zu OP wäre, oder? Es wäre wirklich zu stark. Also, Strolch, Hypnose, ich würde ihm die Fähigkeit, also Strolch geben und die Taki Hypnose und Genesung, so würde ich das Pokémon buffen, mehr würde ich mir nicht, jetzt ehrlich gesagt nicht gehen, denn Strolch, Hypnose ist vielleicht OP, muss man sagen. So eine Prio-Attacke, die dich zu 60% einschliffen kann, ist schon nice, denn Hypnose triffst du zu 60%. Also, will man Barnett deshalb spielen oder nicht? Also, es hätte eine Nische, die kein anderes Pokémon hat, eine sehr, sehr gute Nische, wenn die Attacke trifft, sonst würde es wahrscheinlich gewohnschottet werden. Barnett braucht, wie gesagt, ein ganzes Rehaul, die Stats müssen komplett gebufft werden, ich würde sogar 20 Spezialangriffspunkte nehmen und die restlichen in Verteidigung, Spezialverteidigung und Speed drauf tun. Also, 80 Base-Punkte in Verteidigung, Spezialverteidigung und Speed, so würde ich das Pokémon irgendwie buffen, aber ich will bei dem Pokémon, wie gesagt, jetzt nicht die Stats buffen, ich würde dem Pokémon jetzt einfach nur Hypnose, Genesung geben und die Fähigkeit Prankster. Somit hätte man nicht, wie gesagt, eine richtig coole Nische. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, danke fürs Zusehen.